Hallo und Willkommen zurück zum Shade Tech Behälter Sammelpunkt. Wir sind wieder mal unterwegs in Division 2 und forschen nach Shade Techs. Wir sind Forscher. Keine Höhlenforscher, auch nicht Klimaforscher. Denn dieses Let's Play mit Sicherheit nicht klimaneutral entsteht. Wenn ich nämlich mal eine Stromnachzahlung sehe, bin ich bestimmt nicht klimaneutral. Echt? Ja, ganz echt. Habe ich mich erschrocken. Und es war aber auch wieder ein gelber Strich. Gemecker von mir oder Gemecker von Carina? Aha. Ja, wirklich in Richtung Shade Tech Behälter sind wir jetzt nicht gekommen. Kann ich nicht sagen. Also Shade Tech Behälter ist dann in diese Richtung. Ja. 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 na gut was gibt denn hier ach so das was er irgendein weg darüber geht ja natürlich aber naja so haben wir ja schon mal ein paar behälter gefunden big 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 cleaner behälter da bitte konnte ich aufmachen hat schön hast du schon schadet nur schlüssel bei ich hab eine andere idee das ist schön mit einem schädig behälter da geht es auch noch mal hoch die bessere ausgabe ich war ja doch easy war ja total zu mir ja gar nicht gewohnt dass es so easy ist also drei schädig behälter muss es theoretisch geben oder mehr ich meine wir können natürlich mal die ganzen fragezeichen ablaufen die werden ja für irgendwas gut sein da werden sich wahrscheinlich telefonate und schtick behälter dahinter verbergen da steht ja 76 also daher dass uns irgendwas hier anlaufen wenn man kann es man kann es nur nicht anvisieren ist das blöde das habe ich gerade versucht ich war da muss es ja dann will sie du an habe ich besser zurück nach haus dann mein visierung auch in die richtige richtung wenn der daraus wo ich bin ja da jetzt nach hause also in die richtung vielleicht muss ich mir an so ach da gibt es irgendwie einen schlüssel aha was ach ne müssen wir da lang dann bin ich doch verkehrt wo ich du und du 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 Okay. viel gab es hier nicht und naja da ist er geheimnisvoll aus bei mir geht es hier abwärts wir sind fertig stefan hallo steppe hallo steppe stefan und stefan hören wir wieder nicht verdammt er kämpft noch mit seiner neuen software offensichtlich stefan du gewinnst den kampf system sagt nein haben wir den gelben nee Okay Jetzt haben wir ihn aha hier endet es scheint unter uns zu sein habe ich das gefühl was sucht man denn gerade anstellt der kalt gesehen wir müssen anscheinend irgendwo unter uns doch hier irgendwo eingang geben hier ist kein eingang hier ist eine abwärtsstieg ich weiß nicht was ich gesehen habe Das war's. schade es hätte ja einfach sein können oder auch nicht und schweig panzerten extra diät aha Und dann doch nicht so einfach. Da gibt es ja auch einen Dreck. Ähm, die sind Daten. Daten? Mhm. Ich muss doch irgendwo durchs Gitter wieder schießen. Baaah! Ich sehe hier nichts. Das war ein Blunderkist auch. Ja, das muss doch hier vorne irgendwo gehen. Schwergepanzerte Gegner bewachen einen Ort in der Nähe. Ja. 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 Okay. Das war aber nicht nett. Schwer gepanzerte Gegner bewachen einen Ort in der Nähe. Wisch. Also zum Sheldtack-Behälter schickt er uns hier runter. Was heißt das hier? Dann durch die Türe. Das erarbeiten. Warte, hier geht doch noch ein gelbes Stromkabel weg. Vielleicht kommt man jetzt unten durch die Tür. Äh, hab ich schon probiert. Okay. Habe ich irgendwie das Gefühl, wir sind der Lösung nah. Ich muss ja offensichtlich diese Tür... Ah doch, jetzt geht's doch. Ja. Ich habe nochmal auf den Stromkasten geschossen, deswegen. Gut. So, wieder ein. Hier kommt das. Kontrollpunkt. Also hier unten am Hafen könnte noch einer sein dann. Nicht? Mhm. Aber ich denke, wir sind jetzt gar schwer. Ja, wir können ja mal zu dem Haupteinsatz da eine Schnellreise machen. Da können wir ja von da aus nochmal weitersuchen. Ja, zumindest mal in... Stefan. Stefan. System sagt... Nein. System sagt... Stefan hat nichts zu sagen. Also wir müssen jetzt in die Richtung laufen. Ich wüsste, wo du bist. Du bist jetzt nicht da, wo ich bin. Also da bist du zu dem Haupteinsatz. Der Mensch, wie bist du denn? Der hat sich ja nach oben. Ich wollte das oberste Stück da weg... äh, holen. Ach so. Ja, dann komme ich zu dir. Ja, jetzt bin ich schon bei dir. Na gut. Und quasi jetzt in die Richtung, glaube ich. Ja, hier an den Blöcken vorbei. Gegner bewacht, ein Ort in der Nähe. Ja, genau. An den Blöcken. Warte mal, hier ist was schönes Gelbes. Oh. warum immer dieses standard gegner aufmucken müssen mal ehrlich ja jetzt habe ich stefan sehr gut aber ich will euch gar nicht stören aber ich liege da kamen sie von allen seiten das liegt aber auch nur daran dass ich jetzt meine freizeit klamotten dann habe und nicht mal meine meine uniform gleich wenigstens mal einen schluck trinken denn jetzt kommt mal also in der wettkampf ist zu ende ein schlüssel entdeckt umgebung gesichert aber wollten wir die umgebung gar nicht sichern heute eigentlich immer durch wir machen wir haben uns auch irgendwo nach hier laufen gleich finden wir dann auch den platz gucken ja hier vielleicht haben wir dann frei super das sind auch kisten der andere seite wäre dann auch man stellt der welt so dass was elektrisches hier irgendetwas weiter oben freigeschaltet hier das grünes bekommen er ist noch eine kiste da sind wir nicht hier schon gewesen da ist ein anderes wir kommen wieder zurück zum anfang quasi ja okay hier ist die kiste luthera mark war sie ach da in der ecke ja hast noch was gefunden war nix okay hier kommst du ins gebäude rein hast du hier eine schöne aussicht ja ja ich bin tot scheiße ich habe auf die karte die fässer geschossen da stand ein dollarzeichen drauf und dann denke ich so oh vielleicht ist das ja irgendein goodie aber es hat nur nichts von dir scheiße ich würde sagen hier tun wir jetzt mal auslocken wach ist solche fässer waren das unverschämt ja genau ich finde wir benutzen diese gegenstände viel zu selten macht nämlich spaß jetzt haben wir elf uhr ich würde sagen jetzt loggen wir aus genau und ich habe ein tragbares gerät das ich erkannt habe das haben wir jetzt wohl noch ein da geht es bloß nicht das war oben nicht unten bluten 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 da ist hier oben gehe ich von aus ja naja da ist es wir brauchen mehr treibstoff so geht er unter wenigen wochen aus wir haben jedes lager in metal leer gepumpt irgendwann ist er dann halt verbraucht im metal ja wir müssen umziehen und aufgeben was wir aufgebaut haben da ist ein tanker auf der lower east side ja hier ist es schön ja ne perfekt zum ausloggen so mal auf wiedersehen ja sagen wir mal auf wiedersehen danke fürs zuschauen bis dann tschüss 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 tschüss